Willkommen Leute, endlich mal ein wundervolles und herzliches Willkommen wieder mal zum Motivspiel. Es tut mir leid, letzte Woche das Assentür-T-Rennen, es hat sich irgendwie, es ist nicht gegangen, die Aufnahme hat komplett gesponnen. Kein Spoiler-Alarm, also es wird nicht mehr kommen, das Video. Ich werde trotzdem eins weiter springen, weil wir trotzdem im nächsten Rennen sind und das ist der Sachsenring. Wir sind in Deutschland angekommen und lasst dafür gerne mal ein Däumchen rum, dann kostenlos ein Abo. Wir sind natürlich immer noch bei Sky Motor Racing und wie das Team heißt, vorher und wir fahren dieses Mal am Sachsenring, sehr, sehr interessante Strecke und lasst dafür auch gerne ein Däumchen rum da und abonniert den Kanal kostenlos, falls ihr auf dem Kanal seid und schaut auch gerne in die Playlist, die ist hier oben verlinkt oder einfach unten in der Bio, könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen und ja, wir sehen uns dann gleich beim ersten 35 Strecke ist noch okay, muss ich sagen. Ich würde mal sagen, wir gehen direkt mal los auf die Strecke. Letztes Mal war sie da schon sehr, sehr. Los geht's, erste Runde am Sachsenring und die erste Kurve richtig hardcore Bremsen-Shit. Die wird so spät angezeigt zum Bremsen. Ja, der Wheel ist natürlich wieder da. Es wird natürlich wieder ein extrem heißes Wochenende und deswegen auch immer der Wheel hier. Letztes Rennen wäre ziemlich spannend gewesen. Wie gesagt, es tut mir leid, dass das nicht funktioniert hat. Die Facecam war komplett verpackt und ich hoffe, dass das bei diesem Mal anders ist. Alter, die Strecke ist aber richtig mal, die ist richtig kurvig. Bist du narrisch? Kommt irgendwann nicht gerade noch? Ja, jetzt komm mal halbwegs was, was man nicht gerade nennt. So, nächste Kurve und das kann man endlich mal eine Kurve bezeichnen. Ah ja, die kenne ich auch, die Strecke. Okay, ist noch bekannt, ist noch im Kopf drin. Uch, da geht's aber ganz schön. Alter, die Strecke ist ja richtig eine Achterbahn. Auf, ab, viele Kurven und so uneinsichtig. So, runter hier und das sollte es aber dann schon gewesen sein. Das ist eine kurze Strecke, oder? Dann musst du doch jetzt, wir sind schon mitten im letzten Sektor. Das heißt, wir kommen dann nie und über, über zwei Minuten, also. Das wird ein längeres Rennen, glaube ich. Ich bin mal gespannt. Ah, ist schon die letzte Kurve, ja stimmt. Ja, um die 23, 1,30 werden wir fahren. Oder? Wird es überhaupt eine 30? Nein, 1,27. Ja, das ist mal eine schöne Zeit. Wir beenden das Ganze mal. Ich hoffe, wir schaffen es überhaupt in School 2. Ähm, schaffen wir es? Ja, schaffen wir. Okay, wir schaffen es in School 2 und da sehen wir uns jetzt gleich wieder. Ähm, und ja, ich bin natürlich wirklich megamäßig erfreut, dass ihr hier seid und später noch kommt noch ein Livestream. Also der erste Livestream auf diesem Channel. Schaltet dazu auch gerne mal ein. Würde uns wirklich freuen, wenn ihr uns da wirklich supporten würdet. Zwei Grad weniger wie gestern ist auch mal schön, wenn es kühler wird. Und ja, wie gesagt, es wird viel gezeigt. Wir zocken unter anderem wahrscheinlich, wahrscheinlich, wir sind jetzt noch nicht ganz sicher. Formel 1 sollte dabei sein. Ähm, Rainbow und natürlich auch, äh, FIFA. Also, so. Aber, äh, lange, uh, lange rum, rumgeschnoddert hier. Jetzt geht es in den zweiten Versuch oder in den Q2 beim ersten Versuch und auch beim einzigen. Also, 98 hinten. Ah, 86, okay. Wir werden auf jeden Fall hinten hart nehmen. Was wir vorne nehmen, bin ich mir noch nicht ganz sicher, weil, und es geht auf Start und Ziel. Ich hoffe, wir können uns hier die Pole holen, weil Deutschland ist auch eine richtig coole Strecke. Ähm, aber jetzt geht es mal los. Die erste Kurve, ein bisschen früher bremsen als hier. Die Bremslinie angezeigt ist, weil die ist hier richtig, ja, sag mal, ich bremse die ganze Zeit, seitdem der Strich, eigentlich schon vor dem Strich, bin trotzdem zu weit rausgekommen. Also, die, der Strich hier hat absolut keine Hand und keinen Fuß. Zack und zack, ja, das wird hart kommen. Wenn da die Reifen mal im Marsch sind, dann wird es hier dieser Wechsel von links. Kurve, Schrott da vor uns und endlich mal die ersten paar Kurven, also die ersten sieben Kurven bis eingeschlossen dieser hier, heißt es wirklich nur Zähne zusammenbeißen und, ähm, keinen Fehler machen. Weil jetzt geht es dann endlich mal mit der ersten Geraden los. Nach Kurve 8, oder nach Kurve 7 ist man kurz verschnaufen und hier nach Kurve 8 kann man endlich mal einen Ticken verschnaufen. Ah ja, aber jetzt dann kommt diese links, dann kommt diese unansichtige Rechtskurve, ja, da wo man eigentlich in der Kurve, also in der Kurve den Scheitelpunkt hat. Das ist auch komisch. Und ja, das ist es eigentlich auch schon hier mit der schnell, mit der Runde. Schrott da ist schon ganz schön schnell hier. Zack, auf der Geraden kommen wir, Schrott da ein bisschen näher. Und zack, die letzte Kurve ist das hier wieder. Und rauf den Berg. Bisschen am Windschalten von Schrott da können und 1,26. Benden wir mal die Session, aber ich glaube, ich glaube, das wird ehren, das wird eng. Doch, das ist wirklich eng geworden. Okay, Leute, das war's mal mit dem Goalifying. Nein, wir haben uns mit der Pole qualifiziert, aber es wird natürlich trotzdem spannend. Wir haben wieder die gleichen Temperaturen wie im Goalifying auf der Strecke. Und das lässt nicht viel Spielraum führen. Andere Strategie als, okay, er fährt soft, soft. Nein, das habe ich, okay. Ja, dass wir uns das nicht da ansehen dürfen, ist natürlich einerseits blöd, andererseits fair, muss man sagen. Aber egal. So, Change Tires, wir werden vorne ein Medium. Nein, wir lassen vorne die Soft, oder? Es werden sicher extrem viele Runden, also fahren wir vorne hart vorne Medium. Das ist unsere Strategie. Mir ist egal, ob ich da jetzt ein bisschen übertrieben bin oder nicht. Aber gut, wir starten die Mütje und Schrott da und die haben alle Soft, Medium, Soft, Soft, Schrott da. Ach du heiligöser, Satz, Schrott da, ja. Los geht's. Der große Preis von Deutschland hier am Sachsenring in MotoGP. Real Life ist leider noch nicht viel da, aber wir starten hier rein ins nächste Rennen, in unsere MotoGP 2. Ja, jetzt ist mal die erste Kurve halbwegs geglückt. Auch der Start war halbwegs gut. Und ich glaube, und ich merke jetzt schon, dass wir Hardcore das Rennen, weil Schrott da uns hier richtig gefährlich wird und unsere Reifenwahl jetzt nicht unbedingt die beste war, muss man sagen. Ja, jetzt aus der Kurve raus merkt man es aber auch, dass wir hier eine gute Reifenwahl auch nicht unbedingt die schlimmste Reifenwahl haben. Und keine Ahnung, wie viele Response ich jetzt schon hatte. Es ist einfach unglaublich, wie unecht es ist gerade. Ich meine, ich fahre mit den harten Reifen, habe hier echt, bei diesen extrem harten Bedingungen, muss ich mich hier durchkämpfen mit den harten Reifen oder kämpfe ich mich hier durch mit den harten. Und Schrott da fährt hier mit seinen Soft, Soft. Es ist lächerlich, wirklich. Es ist natürlich, ja, ich meine am Anfang gut, dass sie lang halten, aber wir sind in der zweiten Runde und der überholt einfach an jeder Stelle, wo ich nicht mal gescheit durchkomme. Ich meine, mir ist auch klar, dass die Reifen ein bisschen länger brauchen, vielleicht zum Warnwerden. Alter, die Runden gehen aber hier schnell vorbei. Komm, runter wir. Und jetzt geht's los. Weiter geht's, Leute. Und die Woche wird auch ein bisschen spaßig heute wieder. Natürlich werden wir auch heute wieder ein bisschen drüber reden, was alles die Woche kommt. Ich meine, das Reingeschehen hier wird sowieso. Oh mein Gott, wir fliegen hier gleich hin. Ich bin mir so sicher. Es vibriert nur noch. Ich verstehe nicht, warum die Reifen gerade so am Abkacken sind. Das ist gerade mir nicht ganz schlüssig. Einen Zehntel. Das ist die goldene Zehntel. Och, die ist schon weg. Nein, es ist mir irgendwie klar, wenn ich mit den Reifen fahre. Ich wusste nicht ganz, weil letztens sind wir mit den Softs gefahren. Also vorletztes Mal. Und da sind wir so kläglich im Mittelfeld untergegangen. Und ich dachte mir so, diesmal, lassen wir's mal. Diesmal werden wir mit den Hard und Medium durchgehen und werden, ja, hier ein bisschen, ja, defensiver gehen. Und ja, das Defensive zahlt sich aus. Aber nicht für uns. Okay. Gott, ihr könnt es sehen, weil die Schneide hier aussehen. Ja. Ich dachte mir, ein bisschen defensiver gehen. Aber das Defensive zahlt sich an Shannon nur für Schrott aus, weil der fährt hier mit seiner Dreißigkeit noch locker und leicht auf. Boah, cool. Ich steppert. Zeitlupe. Der fährt hier mit seiner Dreißigkeit. Alter, Überholen vorüber, probierst du ja zum Überholen. Also Schrott da, der fährt genauso wie ich. So. 0,068. Aber das soll uns nicht dran hindern. Zack, sehr geiler Schrott. Oh ja, und jetzt hau ich noch um. Wir sind, Alter, ich bin so wackelig mit dem Soft und mit dem Medium und Hard unterwegs. Das ist nicht, nicht normal. Also wirklich. Ja, perfekt, Schrott. Lüthi. Lüthi jetzt mal. Tschüss, Lüthi. Es war aber kein Crash, oder? Nein. Okay. Wir werden die Woche natürlich wieder extrem viel kommen. Also nicht nur MotoGP's, sondern, ah, nicht nur Formel 1, sondern unter anderem natürlich auch später noch um 16 Uhr wahrscheinlich der Livestream. 16 Uhr 30, keine Ahnung. Je nachdem, wenn der Content dann halt beginnt. Ich weiß nicht, ob ich den so lange laufen lasse. Also das 30 Minuten Counten ist halt unnötig. Aber egal. Wir werden das Ganze rocken heute und ich freue mich schon mega, wenn ihr dann später vielleicht vorbeischaut. Also, ja. Und natürlich auch gerne unseren Kanal abonniert. Also, dass ihr da auch kein Video mehr verpasst. Und Montag wird's vielleicht, bin ich noch nicht ganz sicher, wenn der Stream am Sonntag funktioniert und alles klappt, einen zweiten Stream geben. Und auch wahrscheinlich selbe Zeit. Vielleicht einen Ticken früher. Aber da, das ist noch nicht in Stein gemeißelt. Also, da werden wir auf jeden Fall nochmal drüber reden im Stream am Sonntag. Also, schaltet da gerne ein. Das wird megamäßig. Und ja. Es geht hier gut durch. Und ich würde sagen, falls uns Lüthi, keine Ahnung, wer jetzt alle hinter uns fährt oder wie sich das Ganze hier getan hat, nicht stark, ja, irgendwie nervt, werden wir dann ab der sechsten Runde bis zur neunten Runde keinen Cut machen. Weil, alter, das Rennen ist extrem lang. Das wusste ich gar nicht, dass das so lang ist. Zack, hier erste Kurve, die ist richtig langsam. Aber ich glaube, allmählich, na, wird jetzt noch ein, zwei Runden dauern, vielleicht auch drei. Aber dann werden die Reifen wahrscheinlich, dann wird ein bisschen runtergehen müssen mit der Pace. Sonst werden die Reifen, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll, dann werden die Reifen wahrscheinlich auch von ihm in die Knie gehen. Meine werden noch ewig haben. Und Lüthi, keine Ahnung, weil das ist jetzt wieder Lüthi, okay. Jetzt wird es richtig knapp. Jetzt kommt der Endfight, glaube ich. Jetzt wird sich herausstellen, wer hier der Bessere ist. Und es wird noch mit einem besseren Ende für uns. Aber es wird sehr, sehr knapp werden. Zack, hier erste Kurve, drei Meter früher bremst. Wo habe ich die 0,3 Sekundenstrafe? Ah, das habe ich erst jetzt gesehen. Hä, vor wo? Wir müssen einfach unsere Taktik nutzen oder unsere, ähm, ja, einfach unsere, oh mein Gott, jetzt wird es aber ganz schlimm. Ich glaube, da hätten wir uns Soft auch nehmen können, wenn wir das gewollt hätten mit dem Struggle. Medium hinten, glaube ich, hätten gereicht und Soft vorne. Aber das wissen wir erst, ja, oder, ja, besser gesagt, jetzt erst. Das ist halt schade, aber es ist blöd gelaufen. Ich glaube, die Strafe wird uns heute noch richtig, richtig das Genick brechen. Ich kann nicht mal vorgast durch die Kurve fahren. Das ist halt so ein bisschen. 1,2 gegen Lüthi, oh yeah, 1,2. Okay, okay. Ähm, vor allem technisch wird es, äh, videotechnisch wird es diese Woche auch kreativer werden. Unter anderem auch Ende der Woche in zwei neue Sachen starten. Aber dazu will ich jetzt noch nicht viel sagen, also, ähm, weil noch nicht alles zu 100% fix ist und deswegen will ich ja jetzt auch nicht alles so ein bisschen spoilern. Ähm, ja, deswegen kommt jetzt noch nicht so ein bisschen der Spoilerer, sondern wir werden das noch ein bisschen geheim halten und es macht euch bereit auf zwei neue Sachen diese Woche und wir werden auch auf jeden Fall morgen hoffentlich nochmal streamen. Morgen kommt dann auch die Formel 2 nochmal. Und, ähm, was hätte eigentlich kommen sollen? Ja, der Stream dann eigentlich, außer natürlich. Es ist auch in Minecraft ein neues Projekt geplant, weil ja sozusagen Minecraft richtig gut ankommt. Überhaupt Minecraft an sich. Ja, das war wieder mal die erste Kurve. Perfekt. Und Minecraft an sich kommt extrem gut an und ich dachte mir, bevor wir da jetzt irgendwie, achte, jetzt reicht's, aber die ersten Kurven sind richtig Hölle. 0,18 sind wir nur hinten. Wir müssen diesen Vorsprung so ein bisschen ins Ziel retten, sonst wird's hardcore. Ähm, ja. Alter, ich trau mich gar nicht aufs Gas gehen. Ich rutsche in jeder Kurve weg. Das ist so Hölle hier. Die ersten paar Kurven sind richtig scheiße. Zack. Alter, es rutscht und rutscht und rutscht. Ich kann mir voll mit zwei Softreifen, die, die zwei Prozent hätten oder so. Das ist wirklich unnormal. Nein, 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 nein. Ich muss ja respawn, oder? Nein. Scheiß drauf. Lüthi überholt uns jetzt hier wahrscheinlich innen. Zack, rauf den Berg, runter und hier ein bisschen mehr und sich trauen, weil sonst wird's nichts mehr. Zack, den Berg runter und ich würde mal sagen, wir sehen uns dann in der vorletzten Runde wieder. Bis gleich. Hier durch die letzte Kurve und ich habe doch einen leichten Vorsprung rausfahren können. Also, da bin ich noch ein bisschen stolz drauf, weil 1,7 war sogar die schnellste Rennrunde. 3,2 Sekunden, äh, 1,2, oder 3,1, 1,3 Sekunden ist wirklich so ein bisschen der Befreiungsschlag gewesen, aber die Reifen, die struggle in jeder Kurve. Hier, ihr seht's, man hat hier den, der Wheelie, der Wheelie Gate ist back, aber das ist halt einfach den Reifen geschuldet. Der Temperatur, es ist halt ein, ja, eine Verkettung blöder Zufälle, muss man sagen. Also, blöder Zufälle, aber also, so unvermeidbarer Zufälle, wenn's heiß wird, ist es halt, es war mir klar, dass so ein bisschen heute das wieder sehr, sehr schlimm wird. Oh mein Gott, das gibt noch eine Strafe, nein. Ich rutsche jetzt nur nachher rum, es ist, jetzt ist es wirklich kämpfen ums Überleben und vor allem kämpfen um die 0, ja, sagen wir mal 4 Sekunden, aber das sollte reichen, weil wir jetzt Gott sei Dank endlich mal das erste Mal in dem Rennen heute die 2 Sekunden geknackt haben und wie ich's vermutet habe, befürchtet oder einfach auch prognostiziert haben, sind wahrscheinlich jetzt auch die Reifen ein bisschen down von den anderen, weil Lüthi ja doch ein bisschen gepusht hat und auch die anderen, oh, hat der Falle, ich bin hier richtig weit rausgerutscht, äh, jetzt sind's 2 Sekunden und wir haben nur noch 2 Kurven und das kann uns hoffentlich keiner mehr nehmen, diesen letzten, diese letzte fucking Kurve hier, ähm, zack, letzte Kurve, die muss ich noch halbwegs gut schaffen und dann ist es wirklich soweit, wir gewinnen mit unterlegenstem Auto und unterlegenstem Strategie. Boom, Leute, wirklich, das hätte echt nicht geklappt, wir haben 1,8 Sekunden, ja, das heißt 1,5 haben wir dann doch noch geschafft, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute, lasst wirklich gerne ein Däumchen rum, danke, Häusler Sabo, wir schauen uns mal an, was das für die Weltmeisterschaft zum Braus kristallisiert, es sind 71 Punkte Führung für Lüthi, äh, Rückstand für Lüthi und, ja, 79 auf das andere, aber das Wichtigere ist für mich die Konstrukte als wir haben und da machen wir einen fetten Sprung nach vorne, aber da sind immer noch 150 Punkte auf unser Ex, auch wenn ich dieses Video wahrscheinlich öfters geraged bin, als ich, ähm, am Jubeln war, können wir trotzdem jetzt zum Schluss nochmal jubeln, wir gewinnen den großen Preis hier und das wirklich mit so einer beschissenen Strategie, also ich werde nie wieder, nie wieder, nie wieder, äh, Medium und Hard fahren, das war richtig beschissen, wir werden das nächste Mal wahrscheinlich wieder auf etwas riskantere Strategie gehen und wir, zum Schluss ist dann sowieso auch wieder das Swaggeln und das Swaggeln, also das ist nicht so schlimm, 7300 Punkte und, ja, das ist wunderbar und das nächste Mal geht es nach Tschechien, nach Prag, um genau zu sein, glaube ich, oder, in Brunno, sorry, Brunno, eine meiner Lieblingsstrecken, muss ich sagen, und wir werden nochmal einen kurzen Blick, einen kurzen Blick auf das Leaderboard werfen, Lüthi und Schrott, also die Teamkollegen sind hintereinander und das wird richtig schwer, die beiden hier mal, ähm, aufzuholen, weil da schaut es auch in der, in der Championship sind die wahrscheinlich zwei, denke ich mir, drei Punkte nur hinten und die kämpfen da jedes Mal gegen Flexbox, hab eh, ähm, ja, wir sind die Erste hier, ähm, Dovizio, ah, Alex Rins jetzt wieder, okay, Dovizio, Alex Rins auch schon mit 200 Punkten und in der 3, und ja, Lorenzo Teleporta, so, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute, lasst gerne einen Däumchen rum, da und ein kostenloses Abo, würde mich wirklich freuen, wenn ihr euch später noch vorbeischauen würden, beim Livestream, ähm, es ist eineinhalb Stunden, werden wir so einplanen und ja, ich bin sehr, 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 sehr aufgeregt schon da drauf und vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, abonniert natürlich auch gerne den Kanal kostenlos und aktiviert auch die Glocke, dass ihr kein Video mehr verpasst, für heute soll es das nochmal gewesen sein, vielen Dank, also, für jetzt soll es das nochmal gewesen sein, mit MotoGP, aber später geht's dann noch weiter mit meinem Bruder zusammen und bis dahin und ciao. Bis zum nächsten Mal!